Ich glaube, das wird das geilste Remake in der Geschichte der Remakes. Baby's Nightmare Circus. Aber in... Oida, in VR. Ist das dein Ernst? Wo bin ich? Oida. Das ist eine ganz andere Stufe, hey. Hallo? Hallo? Oh nein, ist das wie... Oh, das ist wie... I want a bisschen aufbaut. Classic Mode, Out of Order. Da ist der Circus. Oh, Alter, hast du viel. Alter. Please send the cartridge. Halt. Warte mal, Gallery? Geht das? Ah. Ich habe immer Angst, dass da dann jemand herkommt, weil es... Das ist Out of Order. Was machen wir hier? Ah. Oh. Kann ich... Doch. Nein, oder? Ah, ho, 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 ho. Alter. Lass mich das wieder normal einstellen. Also, was haben wir hier? Äh. The Circus? The Fun Times? Hä? Oh, ich habe auf den Price Corner klickt. Ups. Ich glaube, wir starten jetzt einfach mal irgendwas. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht auch... Mit... Kann ich das? Ja. Mit The Circus. Und wenn euch das Video gefallen, gerne mal den Kanal abonnieren. Wenn wir hier das unglaublich, vielleicht geniale VR-Remake spielen. Hier rein. Circus for Newbies. Easy way, medium way, hard way. Ähm. Machen wir mal for Newbies. Look at the tent, entrance and pull trigger to teleport. Ah, okay. Ich kann mich teleportieren. Grip to Flashlight. Also, das ist Flashlight. Ja, das ist meine Fist. Meine Golden Fist, wenn da jemand kommt. So schaut's aus. Schauen wir uns das mal an. Wie das... Fire Remake ist. Bin gespannt. Alter. Aha. Aha. Alter. Wo ist sie? Ich stehe ab hier als Closer than normal. Äh. Die ist halt nicht da. Will ich nur mal so sagen. Die ist nicht da. Okay, geh mal hier rein. Was ist hier? Bidi-Babs. Love to play. Also, einfach nur Licht hinflickern. Ja, ja. Alter. Ah, schaut sich mal das an. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich glaube, das wird ein richtig krasses Remake. Turn around. Ach, du willst mich verarschen. Ah. Wo ist denn da vor mir? Ach, das ist Remake Station. Äh. Komm ich da hin überhaupt? Das ist die Freiheit der Fragen. Da komm ich nämlich nicht hin. Da ist nämlich mein Rechner. Okay. Das wird, äh, sehr interessant. Wie ich das hinkriegen sollte. Achso. Oh, das ist ein komischer Bibi. Oh, Laura's tent. Ah ja, die Spotlight. Make sure, es ist a feed it. Bei Visiting, I will immer mal wieder hinschauen. Ist das sozusagen das Tutorial für Nub? Okay. Pull trigger. Ha! You did it! Ich glaube, das hätte ich vielleicht im Stehen spielen sollen. Hätte vielleicht mehr Sinn gemacht. You claim your prize. Ja. Ja, was? Bein it. So, will gehen. Will gehen hier. Mock net. Okay, das ist für Nubis. Machen wir Circus. Circus. Da rein. Easy way. Es geht schon. Es geht schon. Es geht schon. Ich kann halt nicht aufwenden, weil ich da nicht hinkomme. Das wird interessant. So, das war Baby, genau. Weiß ich, wenn ich hier so Lokomotion hätte, dass ich... Give me. Hä? Sack hat geflackert. Nee, das hat geflackert. Das zeige. Gibt es gar nicht. Oh Gott. Was bin ich denn jetzt? Welchen Tent bin ich gleich wieder? Biddy Babs, glaube ich. Welchen Tent? Ja. Okay, das wird interessant. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so in Tents werden kann. Da lang. Ja, da ist die Rewind Station, aber da komme ich nicht hier. Oh, da ist ein Spiegel. Okay, das ist cool, dass man da ein bisschen was sieht. Lass mich raus. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht überleben. So, wo war ich noch gar nicht eigentlich? War ich hier noch nicht? Ich bin schon wieder total lost. Nee, Biddy Babs. Biddy Babs. Da war ich schon. Da ist Baby, glaube ich. Nee, da ist schon wieder die Rewind Station. Bäh. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass du eigentlich mehr Platz hast. Will ich nur mal so erwähnen. Alter. Okay, das mal so zu sehen, ist schon irgendwo effing gruselig. Ich höre was im Hintergrund. Ich höre was im Hintergrund, das mache ich gar nicht. Da wo war Baby eigentlich? War ich in dem Tents schon? War hier Baby? Bin ich schon wieder in der Rewind Station? Bin ich schon wieder in der Rewind Station? Dann war es doch das hier, oder? Mit Baby. Aha! Ich hab Baby gesehen. Da, da, da war Baby. Hör auf, Baby. Bist du einfach nur ein Riesen-Baby. Warst du denn das Wort? Bist du ein Riesen-Baby? Weiter. Okay, da ist Baby. Da sind Biddy Babs. Ah, oh, 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 oh. Alter, das ist... Oh Gott, das will. Oh Gott, das will. Seht ihr das? Seht ihr das? Was machst du jetzt? Jetzt flackst du rum. Ja, jetzt bin ich mutig. Jetzt bin ich mutig. Ich werde gehen. Du bleibst flacken. Ich werde immer noch gehen. Ich hab nur die Tasse nicht hinkriegt. Ich werde immer noch gehen. Erza. Jetzt bin ich gegangen. Zwei Uhr. Ich sollte immer mal wieder zu Baby schauen. Oh Gott. Äh. Hallo? Alter. Das war ein bisschen nah. Run back in the middle of Nightmare. Baby is too close. Make sure she never leaves her tent. Okay, aber ich hab hier eins von 25 Münzen. Also, das ist, glaub ich, nicht gedacht für kompakten Platz. Aber wir hätten... Was? Postshift? Postshift wär interessant. Aber damit lass ich's erstmal gut sein. Es ist verdammt krass in VR. Und da schauen wir auf jeden Fall nochmal rein. Und damit bedank ich mich für's Zuschauen. Wünschen euch einen schönen Tag. Macht's gut. Dann macht's gut. Untertitelung des ZDF, 2020